Hallo, die Kurzversion von Was ist SOA, eine Service-orientierte Architektur? Das beste Beispiel ist die Kombination aus HTML, PHP und MySQL. Warum? Weil man hat dabei eine Webseite, die ist geschrieben in HTML, dann hat man hinten dran einen PHP-Server und hinten dran, am PHP-Server noch dran, hat man seinen MySQL-Server. Man könnte jetzt sagen, der PHP-Server, beziehungsweise der Web-Server, der ist ja eigentlich ein Service. Und der MySQL-Server ist eigentlich auch ein Service. Wieso? Was für einen Dienst bietet der? Der bietet den Datenbank-Dienst. Das hier, der Web-Server, bietet den Web-Server-Dienst. Und wie kommunizieren die ganzen? Die kommunizieren über ein Interface. Das Interface könnte zum Beispiel IP-Adressen sein. Also, okay, dafür schicken mich jetzt andere Informatiker in die Hölle, aber von der Idee her. Um das Beispiel nochmal so ein bisschen sinnlos zu erweitern, man könnte jetzt sagen, zum Beispiel in unserem PHP-Skript müssen wir irgendwann mal Zahlen in Buchstaben umwandeln, also aus einem Integer, aus einer Ganzzahl 1, 2, 3, 4, wollen wir einen String 1, 2, 3, 4 machen. So, das würde man normalerweise in einer Funktion wie String-to-Int oder Int-to-String machen, aber wir könnten ja auch ein Service dafür schreiben, also ein Server. Ich schreibe mal hier lieber Server. Wir können auch Service schreiben. Lieber nochmal schön. So, und immer wenn wir jetzt Zahlen umwandeln wollen in Strings oder andersrum, dann fragen wir unseren Server hier an oder in grün und der gibt uns dann die Antwort. Und den Server, den können wir natürlich hier auf derselben physikalischen Maschine aufspielen und laufen lassen. Wir könnten aber auch sagen, wir machen das einfach hier in zwei verschiedene Sachen und das läuft auf der einen IP-Adresse, das läuft auf der anderen IP-Adresse und übrigens das hier läuft auf der dritten IP-Adresse. Und so könnten wir für einzelne Funktionen, einzelne Funktionen machen wir jetzt nicht mehr Teil des Programms oder bauen wir in die Datenbank ein oder sowas, sondern wir machen das alles hier so in so kleinere Teile. Also das ist zum Beispiel für Integer to String, das ist vielleicht Binärzahl in Hexadezimalzahlen umwandeln oder was auch immer. Das ist einfach nur ein kleiner Server oder ein kleiner Service, der wirklich nur diese kleine Aufgabe macht. Ein Microservice. Ja, und das war es auch schon. Vielen Dank für's Schauen. Kommentare, Fragen. Es gibt noch ein längeres Video zu dem ganzen Thema. Zur Not das angucken. Und auf jeden Fall wieder die Beschreibung. ... ... ... ...